Musik Dieser Gartengrill mit seiner verrosteten Oberfläche ist ein schönes Beispiel für das Thema Roar. Roar vereint die Idee, alte Fabrikhallen und abgenutzte Oberflächen in Szene zu setzen, Alterungserscheinungen und Patina auf Produkte zu bringen, nicht makellos, nicht perfekt, sondern gelebt mit Struktur und belebter Oberfläche. Cute ist ein sehr feminines, romantisches, liebreizendes Thema, in dem eine fruchtige Pastellreihe pate steht. Die 50er Jahre werden sehr, sehr modern übersetzt. Pike Bergmann hat hier eine gestapelte Vase zusammengestellt. Alte Dekore aus dem Archiv hat sie zusammengebracht. Verschiedene Musterungen, sehr schön von Rosenthal gefertigt. WeFind vereint ultramodernes Design, reduziertes Design mit Klassik. Farbe setzt die Akzent in einer sehr, sehr neutralen Farbe. Mesh ist ein Sammelsurium an Stilen, ein kunterbunter Mix in einer sehr plakativen Farbigkeit. Wir haben hier die Kulturen zusammengebracht, Asien, Afrika meets Europa. Zwei Kulturen treffen bei dieser Vase aufeinander. Thai Blue Raises nennt sich dieses Modell, die Thai Blüte und die holländischen Windmühlen. Ladies und necesst die Akzent.